Bald ist wieder Finsternissaison. Was erwartet uns diesmal, wenn sich die Schicksalsanzeiger Mondknoten mit Sonne und Mond treffen? Mit unserer Zukunft und unserer Vergangenheit? Was dürfen wir lernen? Wo dürfen wir schicksalhafte Begegnungen erwarten? Und wie wirkt sich das alles auf euer Sternzeichen und euren Aszendenten aus? Trefft ihr vielleicht sogar euren Seelenpartner? Das und mehr klären wir jetzt im großen Monatshoroskop für den September 2024. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast zum großen Monatshoroskop für die zwölf Sternzeichen und Aszendenten im September 2024. Wie immer findet ihr die Timecodes zu eurem Sternzeichen in der Videobeschreibung bzw. im Podcast in den Shownotes. Scrollt dafür bitte bis unter den Horoskoposhop. Vorher habe ich aber noch Neuigkeiten und Geschenke für euch. Wir gehen in diesem Monat in die zweite Finsternissaison des Jahres. Sie beginnt am Mittwoch, den 18. September mit der partiellen Mondfinsternis in den Fischen und erstreckt sich dann bis zum 2. Oktober. Dann haben wir eine extra starke ringförmige Sonnenfinsternis in der Waage. Worauf müssen wir da achten und welche Sternzeichen sind besonders betroffen? Das kann ich euch hier im Horoskop verraten. Aber es ist ja nicht nur das Sternzeichen, was wichtig ist. Auch der Aszendent, euer Mond, Venus oder Mars oder die wilde Lilith in eurem Horoskop können jetzt die Energien der Finsternisse empfangen. Falls ihr noch nicht wisst, wo sich all diese Planeten und Punkte in eurem Horoskop befinden, möchte ich euch nochmal mein beliebtestes Produkt, das persönliche Geburtshoroskop, ans Herz legen. Mit der Deutung all eurer Planeten und Aspekte. Denn das Geburtshoroskop und seine Bedeutung ist die Basis für alles. Wenn ihr es noch nicht habt, könnt ihr es jetzt mit 10% Rabatt bestellen mit dem super einfachen Gutscheincode HOROSKOP10. Klickt dazu bitte hier auf die Infokarte und den Link findet ihr auch unten in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes. Ein Geburtshoroskop habe ich übrigens im August im Gewinnspiel verlost und hier ist meine glückliche Gewinnerin. Tanja Koch. Herzlichen Glückwunsch, liebe Tanja. Du brauchst das Geburtshoroskop nicht mehr zu bestellen, denn du hast eins gewonnen. Bitte sende uns deine E-Mail mit deinen Geburtsdaten an service at antonialangsdorf.com. Siehst du hier auch eingeblendet und dann ist das Horoskop so gut wie auf dem Weg zu dir. Jetzt im September spielt Pluto eine ganz große Rolle, denn er läuft noch ein letztes Mal zurück auf 29 Grad Steinbock. Das ist der Vollendungsgrad, sozusagen Plutos Endspurt, bevor er endgültig in den Wassermann wechselt. Aus diesem Anlass möchte ich diesen Monat das große Pluto-Horoskop verlosen. Es gilt für drei Jahre und zeigt euch die langfristigen großen Transformationen, die Pluto in euer Leben bringt. Um es zu gewinnen, braucht ihr nur hier auf YouTube ein Abo dazulassen, falls nicht schon geschehen, und postet einen netten und konstruktiven Kommentar. Am meisten interessiert mich, wie es euch mit den aktuellen Konstellationen so ergeht. Wer gewonnen hat, gebe ich im nächsten Monatshoroskop bekannt. Deshalb schaut dann unbedingt wieder rein. Gleich geht's los mit den Sternzeichenhoroskopen. Vorher noch ein Hinweis. Kennt ihr meine Wochenhoroskope schon? Da erfahrt ihr alles über die kosmische Schwingung der Woche, wann die Planeten die Zeichen wechseln und wie Vollmond- und Neumondkonstellationen aussehen. Das hilft euch nicht nur, euer eigenes Horoskop besser zu verstehen, sondern auch das, was auf der Welt so los ist, besser einzuordnen. Manchmal ist es doch gut zu wissen, dass die Sterne schuld sind, wenn es drunter und drüber geht. Und vor allem auch, wann es wieder besser wird. Wenn ihr enger mit mir im Kontakt sein wollt und den direkten Draht für Fragen und Austausch sucht und dabei auch noch ganz tolle, spannende Astrofans und Gleichgesinnte kennenlernen möchtet, dann kommt zu mir in die Sterne-Community. Da haben wir auch jeden Monat ein spannendes Meeting und im September geht es zum Beispiel um Heiler Chiron. Hier könnt ihr euch dazu informieren und erfahren, wie es meinen Mitgliedern bei uns gefällt und was wir alles zu bieten haben. Ich verlinke euch das auch nochmal in der Videobeschreibung beziehungsweise in den Shownotes im Podcast. Jetzt sind wir soweit und können mit den Sternzeichenhoroskopen starten. Hier noch ein Tipp, schaut auch in das Zeichen eures Aszendenten und dann entscheidet, mit welchen Infos ihr mehr in Resonanz steht. Und wenn ihr es genauer wissen wollt, dafür sind dann meine PDF-Horoskope, meine Beratungen und auch die Sterne-Community da. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß und gute Erkenntnisse mit den Monatshoroskopen und wir beginnen wie immer mit den Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. Hallo, ihr stürmischen Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. Bei euch im Partnerhaus ist einiges los. Wie läuft es denn in euren Beziehungen? Aufregend, prickelnd oder eher schwierig. Auf jeden Fall kommt keine Langeweile auf und der neue Marstransit wird euch auch in Atem halten. Das schauen wir uns gleich an. Vorher habe ich noch einen Tipp, wenn ihr mehr über euch selbst erfahren wollt. Kennt ihr schon euer persönliches Geburtshoroskop und die Bedeutung all eurer Planeten und sensitiven Punkte? Wenn ihr noch nicht wisst, was euch der Mond über eure Seele verrät, die Venus über eure Beziehungen oder Mars über euren Kampfgeist, dann wird es Zeit, das herauszufinden. Euer Geburtshoroskop ist schließlich die Basis für alles. Ihr könnt es euch jetzt mit zehn Prozent Rabatt bestellen. Nutzt einfach den Gutscheincode HOROSKOP10, um mehr über euch zu erfahren. Weitere Infos findet ihr hier auf der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung beziehungsweise den Shownotes. Im September dreht sich fast alles um eure Beziehungen. Außergewöhnliche Begegnungen sind möglich. Vielleicht habt ihr auch Lust, in der Liebe etwas Neues und Gewagtes auszuprobieren. Aber das Beste ist, den ganzen Monat über und auch noch im Oktober sind eure Chancen, einen Seelenpartner oder Partnerin zu treffen, signifikant erhöht. Haltet die Augen offen, wenn euch besondere Menschen begegnen. Aber denkt dran, ein Seelenpartner ist nicht immer auch ein Beziehungspartner. Auch jemand, mit dem ihr euch anfreundet oder sogar ein toller Kollege kann ein Seelenpartner sein, mit dem ihr eine wichtige gemeinsame Aufgabe im Leben zu erfüllen habt. Wenn ihr bereits in einer glücklichen Beziehung seid, erlebt ihr wahrscheinlich einen guten Monat miteinander. Nehmt euch etwas Schönes vor, zum Beispiel einen Konzertbesuch oder mal was Sinnliches, wie zum Beispiel eine Partnermassage. Und erledigt auch ruhig mal Alltagssachen, wie Einkaufen oder Kochen gemeinsam. Es wird euch Spaß machen. Der Neumond in der Jungfrau am 3. September lenkt die Energie auf wichtige Gesundheitsthemen. Ihr habt eine fantastische Konstellation mit Heiler Chiron, die euch helfen kann, ein Gesundheitsproblem und auch den Weg zur Heilung zu erkennen. Allerdings ist die Therapie vielleicht teuer. Aber was könnte wichtiger sein als die Gesundheit? Da solltet ihr gegebenenfalls investieren. In der ersten Septemberwoche ist außerdem die Infektionsgefahr erhöht und auch ihr robusten Widder könntet euch schnell eine Erkältung oder Schlimmeres einfangen, wenn ihr nicht auf euch Acht gebt. Am 4. September beginnt der neue Transit eures Herrschers Kämpfer Mars. Er läuft dann für acht Wochen durch den Krebs und bildet dabei einen stressigen Aspekt. Vielleicht hängt während der Zeit öfter mal der Haussegen schief. Besonders Söhne oder Mitbewohner könnten euch nerven, weil sie andauernd was von euch wollen, was sie eurer Meinung nach auch alleine regeln könnten. Aber auch ihr selbst seid schneller gereizt und ungeduldig, wenn zu Hause etwas nicht nach Plan läuft. Gut ist dieser Transit zum Beispiel für ein Renovierungsprojekt. Mars will ja aktiv sein und wenn ihr da was findet, woran ihr werkeln könnt, machen vielleicht auch die anderen mit und ihr habt sogar Spaß dabei. Beruflich gibt es günstige Entwicklungen. Vielleicht werden Innovationen eingeführt, die euch gefallen. Oder ihr könnt euch durch euren Einsatz ein finanzielles extra herausholen. Besonders wenn ihr mit Text und Sprache, Marketing und Verkauf zu tun habt oder auch unterrichtet, habt ihr einen guten Lauf. Auch die Heiler und Therapeutinnen unter euch widdern sind sehr gefragt. Der Vollmond am 18. September ist zugleich auch eine Finsternis, die sehr emotional wirken kann. Viele Menschen sind jetzt besonders empfindlich und es kann auch leider schnell mal zum Streit kommen. Das ist eine gute Gelegenheit, die 90-Sekunden-Regel zu üben. Nicht nur um den Hausfrieden zu schonen, sondern auch für euren Blutdruck. Mehr Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn die Sonne am 22. September in die Waage geht, bringt sie weitere Energie in eure Partnerschaften und Beziehungen. Für einige von euch stehen hier umfassende Neuerungen an. Vielleicht eine neue Beziehung, vielleicht auch ein Umzug oder ein neuer Job. Denn am 2. Oktober findet hier die große Sonnenfinsternis statt. Mehr dazu erfahrt ihr dann im nächsten Monatsvideo. Das waren eure Tendenzen im September. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr naturverbundenen Stiergeborenen und Stier-Ascendenten. Die Sterne stehen günstig für euch im September. Entwicklungen, mit denen ihr vielleicht nicht ganz zufrieden wart, könnt ihr jetzt in einem neuen Licht sehen und erkennen, wozu sie gut waren. Prickelnd und erotisch wird es dann Ende des Monats. Dazu gleich mehr, aber vorher habe ich noch eine tolle Aktion für euch, wenn ihr mal einen genaueren Blick in eure eigenen Tiefen werfen wollt. Kennt ihr schon euer persönliches Geburtshoroskop und die Bedeutung all eurer Planeten und sensitiven Punkte? Wenn ihr noch nicht wisst, was euch der Mond über eure Seele verrät, die Venus über eure Beziehungen oder Mars über euren Kampfgeist, dann wird es Zeit, das herauszufinden. Euer Geburtshoroskop ist schließlich die Basis für alles. Ihr könnt es euch jetzt mit 10 Prozent Rabatt bestellen. Nutzt einfach den Gutscheincode HOROSKOP10, um mehr über euch zu erfahren. Weitere Infos findet ihr hier auf der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Der September startet mit einer starken Phase für euch. Eure kreative Energie fließt und ihr empfindet gleich in den ersten Tagen eine gewisse Unruhe, die sich jedoch günstig auswirken kann, wenn ihr die Schubkraft nutzt, um sie in eure Herzensprojekte zu lenken. Besonders merkt ihr das, wenn ihr zu den Stiergeborenen und Stieraszendenten der letzten Dekade gehört. Dann wollt ihr einfach nicht auf dem Sofa sitzen. Vielleicht nehmt ihr die Kinder und arbeitet gemeinsam im Garten oder geht auf eine schöne spätsommerliche Radtour. Alles, was eure Sinne anregt und am besten viel Spaß im Freien verspricht, ist jetzt genau das Richtige für euch. Zum Neumond in der pragmatischen Jungfrau am 3. September könnt ihr euch wunderbar in einer Meditation mit Mutter Erde verbinden. Wer es etwas aktiver mag, den kann auch der Putzfimmel packen und es wird am besten gemeinsam mit der Familie ausgemistet. Passt bloß ein bisschen auf, euch nicht zu verkühlen oder euch einen Zug zu holen, gerade wenn ihr abends noch unterwegs seid. Es gibt nämlich ein erhöhtes Infektionsrisiko. Besonders empfindlich seid ihr, wenn es um euer Halschakra oder euren Kehlkopf geht. Achtet gut darauf, euren Hals und Nacken möglichst warm zu halten. Für eure Finanzen haben wir eine starke Phase in der Mitte des Monats. Wenn ihr Termine mit der Bank oder anderen potenziellen Geldgebern vereinbaren wollt, dann solltet ihr, wenn möglich, die Zeit bis zum 18. September dafür nutzen. Auch für Investitionen oder Kredite habt ihr dann ein glückliches Händchen. Am 18. September haben wir dann einen mächtigen Vollmond in den empathischen Fischen, der dieses Mal besonders kraftvoll wirkt, weil er nämlich als partielle Mondfinsternis auftritt. Wir befinden uns dann offiziell in der Finsternissaison. Das könnt ihr in den nächsten Wochen vor allem in eurem sozialen Umfeld und euren Vereinen bemerken. Hier kann es jetzt zu schicksalhaften Begegnungen kommen, die euch mit ganz neuen Menschen zusammenbringen. Wenn ihr Single seid und euch jetzt in jemandem aus der Sportgruppe verguckt, dann lasst es auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig angehen. Anfang Oktober haben wir nämlich die Sonnenfinsternis und dazwischen sollte man am besten keine lebensverändernden Entscheidungen treffen. Viele Menschen werden in diesen Tagen recht empfindsam sein. Deshalb wäre es wichtig, nicht zu kritisch zu sein, auch wenn euch die Clique vielleicht auf die Nerven geht. Die Menschen und vielleicht auch ihr selbst sind jetzt dünnhäutiger als sonst und können mit Kommentaren vielleicht schlechter umgehen. Am 22. wechselt die Sonne dann in die diplomatische Waage und aktiviert euren Alltags- und Gesundheitsbereich. Ein Wellness-Tag zwischendurch oder mal 36 Stunden Fasten könnten jetzt besonders gut für euch wirken. Und ihr findet sicher viel Freude an der herbstlichen Natur. Gleichzeitig verändert sich die Energie in euren Beziehungen und Romanzen deutlich. Es kommt eine tiefgründige und sehr erotische Phase auf euch zu. Lust und Flirt fallen euch jetzt einfach zu. Passt nur auf, wenn ihr liiert seid. Die Luft knistert nämlich auch schnell vor Eifersucht. Liebeslust und Liebesfrust liegen jetzt nah beieinander für euch und am besten ist es, gar keinen Grund für Szenen zu liefern. Das waren eure Tendenzen im September. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr lebhaften Zwillingegeborenen und Zwillinge-Ascendenten. Der neue Monat bringt euch viel Fokus auf euer Heim und besonders eure Kinder oder Enkel. Aber auch für eure Karriere und den Seelenweg kann es jetzt zu wichtigen Durchbrüchen kommen, denn die Finsternissaison beginnt und aktiviert den Berufungspunkt in eurem Horoskop. Gleich schauen wir, wie eure Sterne stehen. Vorher habe ich noch einen schönen Tipp aus meiner Sternenwerkstatt für euch. Kennt ihr schon euer persönliches Geburtshoroskop und die Bedeutung all eurer Planeten und sensitiven Punkte? Wenn ihr noch nicht wisst, was euch der Mond über eure Seele verrät, die Venus über eure Beziehungen oder Mars über euren Kampfgeist, dann wird es Zeit, das herauszufinden. Euer Geburtshoroskop ist schließlich die Basis für alles. Ihr könnt es euch jetzt mit 10% Rabatt bestellen. Nutzt einfach den Gutscheincode HOROSKOP10, um mehr über euch zu erfahren. Weitere Infos findet ihr hier auf der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Zu Beginn des neuen Monats geht es bei euch viel um euer Zuhause. Vielleicht habt ihr gerade ein Renovierungsprojekt am Laufen oder wollt endlich mal die Möbel umstellen. In der ersten Septemberwoche habt ihr allerdings auch ein erhöhtes Infektionsrisiko. Vielleicht seid ihr angeschlagen und verbringt deshalb mehr Zeit zu Hause als üblich. Wenn ihr zum Beispiel darüber nachdenkt, euch räumlich zu verändern, würde sich der Neumond am 3. September in der pragmatischen Jungfrau super anbieten. Geht in einer Meditation durch euer Wunschheim, so wie ihr es euch schon immer vorgestellt habt. Falls das gerade kein Thema bei euch ist, könnt ihr auch super mit eurem inneren Kind arbeiten. Das ist immer ein wunderbares Meditationsthema. Es kann auch gut sein, dass euch dabei Ideen für ein kreatives Projekt kommen. Vielleicht eine Sache, die ihr schon länger in euren Gedanken habt heranwachsen lassen und die jetzt in die Wirklichkeit kommen will. Ihr habt eine sehr produktive Phase, vielleicht auch gemeinsam mit anderen tollen Frauen, sodass ihr ein gemeinsames Projekt schafft. Finanziell lukrativ kann es für euch auch werden, gerade wenn ihr versucht, vor dem 23. September auch Geld mit eurem Hobby zu machen. Wenn ihr hier einen Termin bei eurer Bank machen wollt, dann solltet ihr den 16. September dafür nutzen. Gleichzeitig ist es aber auch eine super Phase, um gemeinsam mit eurem Schatz einer kreativen Sache nachzugehen. Das kann schöne Liebesvibes bringen. Und Singles sollten beim Dating auf jeden Fall mit spielerischer Leichtigkeit vorgehen. Das fällt euch ja sowieso nicht schwer. Da knistert es jetzt besonders schnell, denn Liebesgöttin Venus steht fast den ganzen Monat über sehr günstig für euch. Am 5. September verlässt euch Krieger Mars und das werdet ihr deutlich spüren. Wenn ihr euch irgendwo durchsetzen wollt, dann nutzt dafür die ersten September-Tage. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass ihr in den letzten Wochen ein bisschen reizbar wart. Dann legt sich diese Phase jetzt wieder und das ist ja vielleicht auch ganz angenehm. Im Laufe des Monats baut sich ein Spannungsfeld zwischen eurem Heim und eurer Karriere auf, und zwar bis zum Vollmond am 18. September. Das ist nicht nur ein normaler Vollmond, sondern eine partielle Mondfinsternis, die den Karriere- und Berufungsbereich in eurem Horoskop aktiviert. Es kann jetzt zu unerwarteten Durchbrüchen und Veränderungen in eurem Beruf kommen. Vielleicht bekommt ihr die Möglichkeit auf eine einmalige Karriere-Chance, die euch aber private Abstriche abverlangt. Ein Szenario könnte sein, dass ihr für ein paar Monate an einem anderen Standort tätig sein oder mehr Verantwortung übernehmen sollt. Vielleicht dauert es hier ein paar Tage, bis ihr eine Lösung findet, aber spätestens wenn die Sonne am 22. September in die diplomatische Waage wandert, kann sich wieder Harmonie einstellen. Dann seht ihr eine vermeintliche Krise als Chance für euer persönliches Wachstum, aber auch für das Wachstum eurer Familie. Wir befinden uns jetzt mitten in der Finsternissaison. Ihr solltet also nicht zu kritisch sein, weder mit euch selbst noch mit eurem Umfeld. Mit Verständnis kommt ihr jetzt deutlich weiter. Für den restlichen Monat seid ihr geistig stark angeregt. Ihr habt jetzt super Ideen, die ihr alle aufschreiben solltet. Das Monatsende trägt schon die Energie der Sonnenfinsternis in sich. Da geht es um bedeutende Ereignisse rund um eure Herzensprojekte oder auch eure Kinder. Das waren eure Tendenzen im September. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr einfühlsamen Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Die Finsternissaison beginnt im September und bringt euch großes Transformationspotenzial in eurem Lernen und Wissen. Aber auch eure Beziehungen werden noch wichtiger als sonst. Außerdem gibt es für euch einen kosmischen Energieschub für die nächsten Wochen. Gleich gehen wir hier tiefer, aber vorher möchte ich noch ein besonders beliebtes Horoskopprodukt an euer Herz legen. Kennt ihr schon euer persönliches Geburtshoroskop und die Bedeutung all eurer Planeten und sensitiven Punkte? Wenn ihr noch nicht wisst, was euch der Mond über eure Seele verrät, die Venus über eure Beziehungen oder Mars über euren Kampfgeist, dann wird es Zeit, das herauszufinden. Euer Geburtshoroskop ist schließlich die Basis für alles. Ihr könnt es euch jetzt mit 10% Rabatt bestellen. Nutzt einfach den Gutscheincode HOROSKOP10, um mehr über euch zu erfahren. Weitere Infos findet ihr hier auf der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung beziehungsweise den Shownotes. Im September seid ihr in sehr kommunikativer Stimmung und freut euch besonders, neue Sachen zu lernen. Vielleicht besucht ihr ein Seminar oder macht eine Weiterbildung. Die letzten Wochen habt ihr euch vielleicht ein bisschen schlapp und energielos gefühlt. Das dürfte sich aber bald legen, denn Kämpfer Mars geht am 4. September spätabends in euer Zeichen und schenkt euch dann für acht Wochen einen kräftigen Energieschub. Er kann euch aber auch ein bisschen ungeduldiger und reizbarer machen als sonst. Wichtig ist, dass ihr rund um den Neumond am 3. September ein bisschen auf euch aufpasst, denn ihr habt ein erhöhtes Infektionsrisiko und solltet darauf achten, dass ihr euch nicht ansteckt. Hals und Stimme sind dann ziemlich anfällig. Falls ihr eine Meditation zum Neumond machen wollt, könntet ihr euch dem Thema Sprechen widmen, also dem Halschakra. Oft bekommt man da nämlich Probleme, wenn man nicht seine Wahrheit ausspricht, sondern sich zurückhält, wie es euch konfliktscheuen Krebsen öfter passiert. Es ist aber wichtig, dass ihr euch ausdrückt, vor allem in euren Beziehungen und Partnerschaften. Transformator Pluto aktiviert jetzt noch ein letztes Mal euer Partnerhaus Steinbock und wird bis Ende November die Frage stellen, ob ihr authentisch und souverän in euren Beziehungen seid. Krieger Mars in eurem Zeichen kann euch bei dieser Aufgabe unterstützen und mit Mut und Energie versorgen. Bei euren Beziehungen geht es ja nicht nur um romantische Partnerschaften, sondern auch um Freunde und andere wichtige Menschen wie euren Chef oder enge Kollegen. In eurem Zuhause ist gerade eine Menge los. Es kann sein, dass ihr immer mal wieder Auseinandersetzungen mit Frauen habt. Das können eure Töchter sein oder auch eure Mitbewohnerinnen oder Nachbarinnen. Besonders rund um den 15. September kann es hier hitzig werden. Das ist ein schlechter Tag zum Streiten, aber der Tag hat auch gleichzeitig super Finanzaspekte. Also geht doch am besten Diskussionen aus dem Weg und kümmert euch lieber um eure Steuererklärung oder eure Investitionen. Die richtigen Worte zu finden und die eigenen Gedanken richtig rüberzubringen. Darum geht es auch zum Vollmond in den Fischen am 18. September. Als partielle Mondfinsternis wirkt die Konstellation besonders intensiv. Weniger kritisch und liebevoller mit euch selbst und anderen umzugehen, wird hier ein großes Thema und ihr erkennt, wie wichtig eure Meinung für euer Umfeld ist. Es wäre gut für euch, wenn ihr die Finsternis an einem Gewässer zelebrieren könnt, um euch mit eurer spirituellen Führung zu verbinden. Am 22. September wechselt dann die Sonne in die charmante Waage und ihr bekommt vielleicht Lust, euer Heim neu zu gestalten. Doch Renovierungsprojekte müssen womöglich ein bisschen warten, denn Liebesgöttin Venus sorgt ab dem 23. September dafür, dass ihr wahrscheinlich mehr Lust auf erotische Stunden mit eurem Liebsten habt, als aufs Werkeln mit Pinsel und Tapete. In den kommenden drei Wochen solltet ihr auf jeden Fall genug Platz im Kalender für innige Zeiten zu zweit lassen. Vielleicht wisst ihr gar nicht, was ihr zuerst machen sollt vor lauter kreativer Eingebungen. Und die Singles unter euch können einen spannenden neuen Flirt beginnen. Wir sind jetzt in der Finsternis-Saison und wenn euch in dieser Woche neue Menschen begegnen, dann wird sich das Universum auf jeden Fall etwas dabei gedacht haben und schickt euch vielleicht sogar den Seelenpartner. Das waren eure Tendenzen im September. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr temperamentvollen Löwegeborenen und Löwe-Ascendenten. Im September starten wir in die Finsternis-Saison. In euren Beziehungen verändert sich dadurch die Dynamik, sowohl in eurem Privatleben als auch in eurer Karriere. Schauen wir uns das gleich näher an, doch vorher habe ich noch einen Tipp aus meiner Sternenwerkstatt für euch. Kennt ihr schon euer persönliches Geburtshoroskop und die Bedeutung all eurer Planeten und sensitiven Punkte? Wenn ihr noch nicht wisst, was euch der Mond über eure Seele verrät, die Venus über eure Beziehungen oder Mars über euren Kampfgeist, dann wird es Zeit, das herauszufinden. Euer Geburtshoroskop ist schließlich die Basis für alles. Ihr könnt es euch jetzt mit 10% Rabatt bestellen. Nutzt einfach den Gutscheincode HOROSKOP10, um mehr über euch zu erfahren. Weitere Infos findet ihr hier auf der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung beziehungsweise den Shownotes. Viel Fokus liegt am Monatsbeginn auf eurem Selbstwert und auch auf euren Finanzen. Es ist ein günstiger Zeitpunkt für euch, um Gespräche über Geldanlagen zu führen und um finanzielle Projekte in der Arbeit voranzutreiben. Falls ihr einen Banktermin oder einen Investorentermin plant, empfehle ich euch die Zeit bis zum 8. September. Da seid ihr besonders überzeugend. Wenn ihr kosmische Unterstützung für euren Selbstwert braucht, dann könnt ihr super mit dem Neumond am 3. September arbeiten. Dieser findet in eurem Nachbarzeichen Jungfrau statt und bietet sich mit seiner sanften Energie ideal für einen Retreat-Tag an oder auch für eine Breathwork-Session. Achtet in den nächsten Wochen außerdem ein bisschen auf Infektionen, besonders im Verein oder im Freundeskreis. Da geht vielleicht eine Erkältungswelle um. Stärkt euer Immunsystem und legt öfter mal eine Pause ein. Was eure Jobs und auch eure Partnerschaften angeht, wird sich die Energie im September ändern. Im Job kann es zu Verzögerungen kommen. Vielleicht wird ein neues Projekt noch zusätzlich geprüft und nicht sofort begonnen. Risiken sind für euch ja mehr als nur ein notwendiges Übel. Ihr habt ja sogar Spaß daran, ein gewisses Risiko einzugehen. Aber versucht Verständnis zu haben, wenn nicht jeder euren Mut und euren Optimismus teilt. Auch in euren Beziehungen kann der Wind ein bisschen abflauen, denn Transformator Pluto geht ein letztes Mal zurück in den Steinbock und verlässt bis Ende November euer Partnerhaus. Vielleicht sind jetzt einfach einige Wochen lang andere Dinge wie eure Gesundheit oder neue Abläufe im Alltag wichtiger. Aber ein Löwe lässt auch nicht lange etwas anbrennen. Spätestens ab dem 23. September werden eure Sinnlichkeit und eure Verführungskünste durch Liebesgöttin Venus wieder entzündet, die dann nämlich in den leidenschaftlichen Skorpion wandert. Für euch steht sie dort durchaus ein bisschen herausfordernd. Dadurch entsteht aber auch eine knisternde Spannung und die wird euch wahrscheinlich gut gefallen. Passt dann nur auf, was Eifersuchtsthemen angeht, denn die sind bei allen Beteiligten verstärkt. Und ihr solltet keinen Grundsatzstreit mit eurem Schatz vom Zaun brechen. Ihr versöhnt euch zwar gerne leidenschaftlich, aber das ist nicht jedermanns Sache. Am 18. September beginnt die Finsternissaison mit der partiellen Mondfinsternis. Da ist der Vollmond in den Fischen. Für euch kann es hier ziemlich tief unter die Haut gehen. Vielleicht habt ihr starke Träume von verstorbenen Ahnen oder seid in sehr intuitiver Stimmung. Am 22. betritt dann die Sonne die charmante Waage. Für euch ist die Waagesaison eine schöne Zeit. Eure Worte sind jetzt besonders verführerisch. Aber gleichzeitig kann auch Kritik härter wirken, als ihr es eigentlich gemeint habt. Wenn ihr euch zum Beispiel politisch engagieren wollt, dann gibt es in den nächsten Tagen und Wochen sicher richtig gute Möglichkeiten. Gerade in den letzten Septemberwochen habt ihr eine richtige geistige Hochflugphase, bei der ihr mit tollen Frauen interessante Gespräche führen könnt. Die letzten Tage des Monats stehen dann bereits unter dem Einfluss der Sonnenfinsternis, die sich anbahnt. Bei euch kann jetzt starkes Fernweh auftreten. Jetzt, wo die Tage kürzer sind als die Nächte, sehnt ihr euch nach Wärme und dem Süden. Nutzt die Zeit der Finsternis, um eine Reise zu planen und lasst euch von eurer Intuition leiten. Ich bin sicher, sie wird euch den passenden Ort ins Ohr flüstern. Das waren eure Tendenzen im September. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr klugen Jungfraugeborenen und Jungfrau-Ascendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im September Geburtstag habt. Vor euch liegen vier intensive Wochen mit eurem persönlichen Neumond und in der Liebe erwartet euch ein besonders magischer Vollmond als Finsternis. Schauen wir uns das gleich genauer an, doch vorher habe ich noch einen Tipp, was ihr euch zum Geburtstag wünschen könntet. Kennt ihr schon euer persönliches Geburtshoroskop und die Bedeutung all eurer Planeten und sensitiven Punkte? Wenn ihr noch nicht wisst, was euch der Mond über eure Seele verrät, die Venus über eure Beziehungen oder Mars über euren Kampfgeist, dann wird es Zeit, das herauszufinden. Euer Geburtshoroskop ist schließlich die Basis für alles. Ihr könnt es euch jetzt mit 10% Rabatt bestellen. Nutzt einfach den Gutscheincode HOROSKOP10, um mehr über euch zu erfahren. Weitere Infos findet ihr hier auf der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Im September haben wir gleich zu Beginn sehr spannende Energien. Reisen und Weiterbildungen könnten jetzt wichtig für euch sein, ebenso wie kreative Projekte. Transformator Pluto steht ein letztes Mal super günstig für euch, wenn es um eure Herzensprojekte geht. Nutzt die Phase bis Ende November auf jeden Fall, wenn ihr ein künstlerisches Vorhaben in die Umsetzung bringen wollt. Direkt am 3. September haben wir euren persönlichen Superneumond in der Jungfrau. Nutzt den Tag, um eure Energie auf die Themen zu lenken, die ihr in eurem neuen Lebensjahr umsetzen wollt. Meditation oder Tagebuchschreiben sind super Methoden für euch, um in die Visualisierung zu gehen. Und vergesst nicht, Spaß dabei zu haben. Nur bei Veranstaltungen, die mit eurem Arbeitskontext zu tun haben, solltet ihr ein bisschen vorsichtig sein, denn ihr habt in der ersten Monatshälfte ein erhöhtes Infektionsrisiko. Und bevor es Probleme mit eurer Geburtstagsfeier gibt, weil ihr krank seid, macht da lieber im Büro einen großen Bogen um den hustenden Kollegen. Im Job wird es jetzt ein bisschen ruhiger. Kämpfer Mars wandert in euren Freundschaftsbereich und steht hier die nächsten Wochen günstig für euch. Ihr könnt euch jetzt mit eurer Clique aktive und auch schweißtreibende Sachen vornehmen, zum Beispiel gemeinsam Sport treiben oder tanzen. Dabei könnt ihr euch richtig auspowern und viel Spaß haben. Die Mitte des Monats eignet sich super für anspruchsvolle Projekte in der Arbeit. Euer Verstand ist sehr angeregt und ihr bekommt sicher einige Möglichkeiten, durch eure klugen Kommentare zu punkten. Wenn es um Investitionen und Finanzfragen geht, solltet ihr die erste Monatshälfte bevorzugen. Rund um den 15. haben wir einen tollen Finanzaspekt, den ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Super spannend wird dann auch der Vollmond am 18. September. Es handelt sich nämlich um eine partielle Mondfinsternis in eurem Partnerhaus, den intuitiven Fischen. Rund um diesen Tag gilt für euch das Mantra, seid nicht zu kritisch. Auch wenn ihr ein super Auge fürs Detail habt und euer Rat noch so gut gemeint ist, ihr könntet damit über das Ziel hinausschießen und die Gefühle eurer Liebsten verletzen. Wenn ihr in euren Partnerschaften etwas in die Transformation bringen wollt, dann könnt ihr super mit der Energie arbeiten, aber seid liebevoll mit euch selbst und mit allen anderen. Die Finsternis kann spannende neue Menschen in euer Leben bringen, aber auch bestehende Beziehungen neu ausrichten. Das gilt für romantische Beziehungen, aber auch für enge Freundschaften oder wichtige Personen wie Arbeitskollegen. Die Sonne verlässt am 22. September euer Zeichen wieder und die Waagesaison beginnt. Gleichzeitig wandert Liebesgöttin Venus in den tiefgründigen Skorpion und macht eure Worte besonders verführerisch. Eine tolle Zeit für Singles, um auf Dating-Plattformen jemanden kennenzulernen, aber es liegt auch eine extra Prise Eifersucht in der Luft. Ihr seid in der letzten Septemberwoche in einer geistigen Topphase und könnt mit eurer Eloquenz und euren tollen Ideen so richtig glänzen. Habt auf jeden Fall immer etwas zum Schreiben in der Nähe oder haltet eure Gedanken mit dem Smartphone fest. Hauptsache, ihr vergesst sie nicht wieder. Zum Ende des Monats hin stimmt sich der Kosmos bereits auf die anstehende Sonnenfinsternis ein und das ist für euch erstmal keine besonders gute Zeit für Investitionen und Finanzthemen. Die solltet ihr dann lieber auf Mitte Oktober verschieben, wenn das möglich ist. Das waren nun eure Tendenzen im September. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr eleganten, vage Geborenen und vage Aszendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im September Geburtstag habt. Vor euch liegt ein neues Lebensjahr, das sicher so einige Überraschungen für euch bereithalten wird. Es beginnt nämlich direkt mit der Finsternissaison. Gleich schauen wir uns das genauer an. Vorher habe ich noch einen Tipp für euch, falls ihr noch überlegt, was ihr euch diesen Geburtstag wünschen möchtet. Der Monat beginnt für euch vielleicht mit eher zurückgezogener Stimmung. Der Neumond am 3. September ist eine gute Möglichkeit, um über das vergangene Lebensjahr zu reflektieren und euch ein bisschen in Stille zu üben, bevor eure Geburtstagssaison beginnt. In euren Familien und in eurem Zuhause können jetzt nochmal Themen hochkommen, bei denen ihr eigentlich dachtet, dass sie schon abgeschlossen wären. Transformator Pluto geht jetzt nochmal in euren Heimat- und Familienbereich und wird hier den Zyklus abschließen, den er vor mehr als 15 Jahren begonnen hat. Zwischen Anfang September und Ende November werdet ihr das vor allem merken, wenn ihr in den letzten Tagen des Waagezeichens Geburtstag habt. Gesundheitlich müsst ihr vor allem in der ersten Septemberhälfte auf ein erhöhtes Infektionsrisiko achten. Das betrifft euch vor allem bei großen Meetings oder Firmenfeiern. Haltet euch von dem hustenden Kollegen lieber fern, um euch nicht anzustecken. Für wichtige Projekte, Finanzen und auch euer Liebesleben habt ihr den ganzen Monat bis zum 23. September noch super Sterne. Diese Phase solltet ihr auf jeden Fall ausnutzen, wenn ihr als Single auf der Suche nach einer neuen Beziehung seid oder Termine mit Kunden oder Kollegen abhalten wollt. Kaum jemand ist ja so charmant wie ihr, doch in dieser Zeit kann euch wirklich keiner einen Wunsch abschlagen. Beruflich kommt ihr im September so richtig in Schwung und nach der Sommerpause biegen sich vielleicht eure Schreibtische unter neuen Projekten und Aufgaben. Wenn ihr auf dem richtigen Weg seid, vor allem innerlich, dann könnt ihr jetzt produktiv durchstarten und euch einen Namen machen. Nur wenn ihr einen Freiheitswunsch habt, weil ihr vielleicht lieber selbstständig arbeiten würdet, dann könntet ihr jetzt sehr frustriert sein. Für den einen oder anderen kann sich das in den nächsten Wochen auch zu einer transformativen Phase entwickeln, die sogar in einer Ablösung von eurem jetzigen Job oder in einer Neuausrichtung eures Karrierewegs enden kann. Der Wind der Freiheit weht durch euren Geist und Mitte des Monats bekommen wir super Finanzaspekte, die ihr auf jeden Fall zum Lotto spielen oder für eine kleine Investition nutzen solltet. Vielleicht schafft ihr es so, den Grundstein für eure materielle Freiheit zu legen, um dann langfristig eure Träume realisieren zu können. Einen mächtigen Vollmond, der als partielle Mondfensternis auftritt, haben wir dann am 18. September in den empathischen Fischen. Mit Kritik solltet ihr in den Tagen vorsichtig sein. Viele Menschen sind jetzt besonders empfindlich und ihr tut gut daran, auf eure innere Mitte und Balance zu achten und euch mit Yoga und Meditation im Gleichgewicht zu halten. Die Anspannung kann dann ziemlich groß sein. Am 22. September geht die Sonne und zwar genau um 14.43 Uhr in euer Zeichen und wir können die Herbsttag- und Nachtgleiche feiern. Für die nächsten vier Wochen seid ihr der Star auf jeder Party und ich würde euch raten, gerade den September für gesellige Abende zu nutzen. Ihr spürt eine geistige Leichtigkeit und könnt wunderbar flirten oder schöne Gespräche führen. Achtet nur darauf, euer Umfeld nicht zu sehr zu bezirzen. Es liegt nämlich in den nächsten Wochen eine extra große Portion Eifersucht in der Luft. Aber einige von euch haben auch eine besondere Chance, nun einen Seelenpartner zu treffen. Das waren eure Tendenzen im September. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr leidenschaftlichen Skorpiongeborenen und Skorpion-Ascendenten. Die Sterne meinen es gut mit euch und schenken euch Kraft, Lust und Energie. Und wenn ihr kreativ oder spirituell arbeiten möchtet, haltet euch unbedingt Zeit dafür frei. Das schauen wir uns gleich näher an, doch vorher habe ich noch einen Tipp für euch, wenn ihr tiefer in eure Sterne schauen wollt. Kennt ihr schon euer persönliches Geburtshoroskop und die Bedeutung all eurer Planeten und sensitiven Punkte? Wenn ihr noch nicht wisst, was euch der Mond über eure Seele verrät, die Venus über eure Beziehungen oder Mars über euren Kampfgeist, dann wird es Zeit, das herauszufinden. Euer Geburtshoroskop ist schließlich die Basis für alles. Ihr könnt es euch jetzt mit 10% Rabatt bestellen. Nutzt einfach den Gutscheincode HOROSKOP10, um mehr über euch zu erfahren. Weitere Infos findet ihr hier auf der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung beziehungsweise den Shownotes. Der neue Monat bringt euch die Chance, in euren Beziehungen etwas zu verändern. Vielleicht gibt es das ein oder andere, das sich in euren Partnerschaften oder auch anderen wichtigen Beziehungen in der letzten Zeit in eine unglückliche Richtung entwickelt hat. In den nächsten Wochen könnt ihr darüber sehr gut nachdenken und Korrekturen vornehmen. Der neue Mond findet direkt am 3. September statt und steht für euch günstig in der sensiblen Jungfrau. Das ist eine schöne Gelegenheit, euch mit einer Meditation, mit eurem Freundeskreis zu verbinden und auf geistiger Ebene Dank auszusprechen für die tollen Menschen, die euer Leben bereichern. Und falls ihr euch ein neues Umfeld wünscht oder es im Verein gerade nicht so gut läuft, ist das eine wunderbare Möglichkeit, eure Wünsche direkt ans Universum zu richten. Gleichzeitig wandert auch Kampfplanet Mars in den feinfühligen Krebs und steht für die nächsten Wochen super günstig für euch. Er unterstützt vor allem eure Reisepläne und gibt euch Impulse, den Horizont zu erweitern. Nur mit Infekten solltet ihr in der ersten Septemberwoche ein bisschen aufpassen und Ansteckungsgefahren aus dem Weg gehen. Ihr könntet auch intensive Träume haben und vielleicht mehr Schlaf brauchen als sonst. Bei Geld und Finanzgeschäften solltet ihr geduldig sein und damit rechnen, dass Einnahmen von ganz versteckter oder unerwarteter Seite kommen können. Vielleicht auch durch euren Partner. Am besten ist, ihr versucht hier keinen Druck auszuüben. Wenn ihr gerne spirituell arbeitet, ist der ganze Monat sehr gut geeignet, um euch in diese Themen zu vertiefen. Gerade wenn ihr den Wunsch habt, achtsamer und reflektierter durch den Alltag zu gehen, ist es eine schöne Zeit, um das in die täglichen Routinen einzubinden. Einen ganz besonderen Vollmond haben wir dann am 18. September. Er findet nicht nur im empathischen Zeichen Fische statt, sondern wirkt auch besonders stark, weil er als partielle Mondfinsternis auftritt. Falls ihr einen Kinderwunsch habt, wäre das eine super Möglichkeit, sich damit zu beschäftigen oder auch euren Wunsch in einem Mondritual mit den richtigen Affirmationen zu stärken. Pluto unterstützt euch bis Ende November dabei, mutig mit Worten umzugehen. Die Finsternis wirkt sehr transformativ auf euch und alle, für die Kinder kein Thema sind, könnten kreative oder künstlerische Ideen empfangen, die in die Welt gebracht werden wollen. Am 22. September betritt dann die Sonne euer Nachbarzeichen, die charmante Waage und gleichzeitig wandert Liebesgöttin Venus in euer Zeichen. Ihr seid dann äußerst charmant und auch eure schamanische Seite wird aktiviert. In der Liebe bekommt ihr einen extra Energieschub. Wenn ihr vergeben seid, wird es sicher zu leidenschaftlichen und erotischen Stunden mit eurem Lieblingsmenschen kommen. Aber auch die Singles unter euch sollten die Zeit zum Daten und Flirten nutzen. Nur die Eifersucht könnte angestachelt sein. Wer zu wem gehört, sollte klar sein, denn teilen tut ihr ja wirklich nicht gerne. Für Finanzthemen habt ihr jetzt ein glückliches Händchen und auch wenn ihr zum Beispiel Gespräche für eine Gehaltserhöhung führen wollt, ist das jetzt die richtige Zeit. Die letzten Septembertage sind für euch geistig sehr anregend. Ihr seid richtig gut im Flow und habt vielleicht intensive Träume oder auch Visionen. Wenn ihr hier eure Fähigkeiten trainieren wollt, ist das die perfekte Zeit. Das waren eure Tendenzen im September. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr optimistischen Schützegeborenen und Schütze-Ascendenten. Im September dreht sich bei euch viel um euren Beruf und euren Seelenweg. Aber auch in eurem sozialen Umfeld ist eine Menge los. Außerdem beginnt die Finsternissaison und das werdet ihr in eurer Familie deutlich merken. Bevor wir uns das näher anschauen, habe ich noch einen Tipp für euch, wenn ihr mehr über euch selbst erfahren wollt. Kennt ihr schon euer persönliches Geburtshoroskop und die Bedeutung all eurer Planeten und sensitiven Punkte? Wenn ihr noch nicht wisst, was euch der Mond über eure Seele verrät, die Venus über eure Beziehungen oder Mars über euren Kampfgeist, dann wird es Zeit, das herauszufinden. Euer Geburtshoroskop ist schließlich die Basis für alles. Ihr könnt es euch jetzt mit 10% Rabatt bestellen. Nutzt einfach den Gutscheincode HOROSKOP10, um mehr über euch zu erfahren. Weitere Infos findet ihr hier auf der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Im September ist das kosmische Scheinwerferlicht zunächst auf eure Karriere und euren Berufsalltag gerichtet. Vielleicht bekommt ihr hier neue Impulse, weil sich neue Möglichkeiten für euch auftun. Schon am 3. September habt ihr den wichtigen Karriere-Neumond in der smarten Jungfrau. Nutzt die Energie in einer Meditation, um euren bisherigen Karriereweg zu analysieren. Fühlt sich das alles noch richtig für euch an und seid ihr auf dem richtigen Pfad? Falls ihr Korrekturen vornehmen wollt oder müsst, ist das ein super Zeitpunkt, um eure Wünsche ans Universum zu senden. Ihr könnt euch zum Neumond auch mit Selbstwertthemen beschäftigen. Wenn ihr in den letzten Jahren gelernt habt, euch eurer Selbstwillen zu lieben, ohne Bestätigung im Außen zu brauchen, dann erwartet euch eine super stabilisierende Phase von zweieinhalb Monaten, die ein neues, tieferes Selbstwertgefühl in euch verankern wird. Passt nur in der ersten Septemberhälfte ein bisschen auf eure Gesundheit auf. Das Infektionsrisiko ist erhöht und ihr könntet vielleicht ein paar Vorsichtsmaßnahmen treffen, indem ihr zum Beispiel eine kleine Kur für euer Immunsystem macht. Flirts und gesellige Abende erwarten euch bis zum 23. September in eurem Verein und eurer Clique. Achtet hier nur um die Monatsmitte herum darauf, dass keine alten Wunden aufgerissen werden und ihr euch aus Versehen um Kopf und Kragen redet. In eurer Partnerschaft und Familie kann die Frage, wie viel Zeit ihr im Büro verbringt und wie viel zu Hause im Laufe des Monats immer wieder aufkommen. Versucht, euer Gegenüber ernst zu nehmen und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Falls das gerade schwierig ist, konzentriert euch in diesen Tagen vielleicht lieber auf eure Investments und eure Anlagen. Wenn ihr hier einen Tipp von einem Freund bekommt, solltet ihr den unbedingt prüfen. Es könnte sich lohnen. Am 18. September haben wir dann den Vollmond in den Fischen, der diesmal besonders intensiv wirkt, weil er als partielle Mondfinsternis auftritt. Für euch kann es zu schicksalhaften Ereignissen in der Familie kommen. Vielleicht gibt es ein Thema mit euren Eltern oder auch Nachbarn, das schon länger im Hintergrund Probleme macht und sich jetzt einen Weg an die Oberfläche bahnt. In den nächsten Wochen raten die Sterne auf jeden Fall davon ab, Grundsatzdiskussionen zu führen oder überstürzte Entscheidungen zu treffen. Wir sind nämlich jetzt in der Finsternissaison und da können viele Themen hochkommen, die die Familie betreffen. Die 90-Sekunden-Regel kann euch hier sicher weiterhelfen. Sanfter wird die allgemeine Energie dann ein paar Tage später, wenn die Sonne am 22. September in die harmonieorientierte Waage wandert und sich die aufgewühlten Gemüter wieder beruhigen können. Viel Unterstützung kommt jetzt aus eurem Freundeskreis und ihr solltet auf jeden Fall Rat suchen und mit Menschen, die euch nahestehen, sprechen. Die letzten Septembertage seid ihr dann geistig sehr angeregt und Lösungen fallen euch schnell zu, gerade im Gespräch mit anderen, aber auch bei Aktivitäten mit der Clique oder in eurem Verein. Auch in Träumen könnt ihr jetzt wichtige Botschaften erhalten und manchmal ist es das Beste, was man machen kann, eine Entscheidung zu überschlafen und sich in Geduld zu üben. Das waren eure Tendenzen im September. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Ascendenten. Für euch sieht es nach einer Reise aus, aber auch nach sehr wichtigen beruflichen Entwicklungen. Vielleicht eine Geschäftsreise oder gebt ihr selber ein Seminar? Aufpassen müsst ihr auf eure Beziehungen, wenn Mars in euer Partnerhaus geht. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher möchte ich euch aber noch mein Lieblingsprodukt ans Herz legen. Kennt ihr schon euer persönliches Geburtshoroskop und die Bedeutung all eurer Planeten und sensitiven Punkte? Wenn ihr noch nicht wisst, was euch der Mond über eure Seele verrät, die Venus über eure Beziehungen oder Mars über euren Kampfgeist, dann wird es Zeit, das herauszufinden. Euer Geburtshoroskop ist schließlich die Basis für alles. Ihr könnt es euch jetzt mit 10% Rabatt bestellen. Nutzt einfach den Gutscheincode HOROSKOP10, um mehr über euch zu erfahren. Weitere Infos findet ihr hier auf der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Zu Beginn des Monats habt ihr wahrscheinlich viel zu tun in der Arbeit, was eure Karriere anbetrifft und vielleicht auch noch ein paar Extras, die jetzt auftauchen. Falls sich für euch die Gelegenheit bietet, auf Geschäftsreise zu gehen oder auch eine Fortbildung zu machen, dann solltet ihr die ergreifen. Alles, was mit Reisen und Bildung zu tun hat, steht nämlich für euch unter guten Sternen. Und in diesem Bereich fällt auch der Neumond in der Jungfrau am 3. September. Den könnt ihr sehr gut nutzen, um Zukunftspläne zu schmieden und euch zu überlegen, wie ihr euren Horizont erweitern könnt. Und falls ihr selbst unterrichtet, ist es ein idealer Neumond, um euch über die nächsten Kurse Gedanken zu machen. Beruflich könnt ihr sehr erfolgreich sein, solange ihr nicht hektisch werdet und alles gut überlegt. Es kann sich aber auch eine neue Situation ergeben, etwas, wo ihr vielleicht rasch reagieren müsst. Und das hat möglicherweise mit einer Entscheidung aus der Vergangenheit zu tun, die euch jetzt entweder einholt oder auch zugute kommt. Das kommt darauf an, wie gut diese Entscheidung damals war. Oder ihr bekommt es beruflich mit jemandem zu tun, vermutlich einer Frau, die ihr bereits aus einer anderen Arbeitssituation her kennt. Wenn ihr euch damals gut verstanden habt, ist das natürlich super. Falls nicht, dann müsst ihr euch jetzt mit der Person zusammenraufen und trotzdem gute Ergebnisse erzielen. Das kann auch gelingen, aber es ist halt immer ein bisschen Reibung da. Für einige von euch könnte es in den nächsten zweieinhalb Monaten darum gehen, wie viel Macht und Einfluss ihr habt. Das solltet ihr ernst nehmen. Wenn ihr jetzt eure Position festigen könnt, wird euch das auf lange Sicht Vorteile bringen. Wenn ihr aber den Respekt von anderen verliert, wird es schwer, das nochmal zu korrigieren. Also beweist, was ihr drauf habt und fordert ein, was euch zusteht. Ab dem 4. September aktiviert Kämpfer Mars für acht Wochen euer Partnerhaus. Ihr müsst dann aufpassen, dass ihr Stress und Druck auf der Arbeit nicht bei eurem Partner abladet. Das wird der nämlich nicht hinnehmen. Und auch wenn es vielleicht keinen offenen Streit gibt, ist die Stimmung doch im Eimer. Dafür fühlt ihr euch dann schuldig und dann wird die Laune noch schlechter. Aber die Singles unter euch könnten vielleicht einen interessanten Mann treffen, der auch Gefühle zeigen kann und sehr anhänglich ist. Das könnte ein prickelnder Flirt werden. Der Vollmond in den Fischen am 18. September, der zugleich auch eine Mondfinsternis ist, kann euch zu denken geben. Ihr seid einerseits sehr scharfsinnig und durchschaut viele Entwicklungen. Aber vielleicht neigt ihr andererseits dazu, ein bisschen zu kritisch mit anderen zu sein. Vielleicht kommen euch Erkenntnisse, die euch helfen, die Gefühle anderer besser zu verstehen und zu respektieren. Oder auch eure eigenen Gefühle, die ihr gerne verdrängt, wenn sie euch lästig erscheinen. Vielleicht könnt ihr euch ja Zeit nehmen, darüber zu meditieren. Ab dem 22. September, wenn die Sonne in die Waage geht, stehen für die nächsten vier Wochen wichtige Entscheidungen bezüglich eurer Karriere an. Vielleicht geht es auch um eure persönliche Berufung. Da erweist sich ein gutes berufliches und auch freundschaftliches Netzwerk als Gold wert, um eure Ideen mit Leuten zu besprechen, denen ihr vertraut und mit denen ihr vielleicht sogar zusammenarbeiten könnt. Das waren eure Tendenzen im September. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr originellen Wassermanngeborenen und Wassermann-Ascendenten. Für euren Selbstwert gibt es einen tollen Vollmond, der dieses Mal besonders mächtig wirkt, weil er als Finsternis auftritt. Wenn es um eure Finanzen geht, solltet ihr eure Geschäfte lieber in der ersten Monatshälfte abwickeln. Gleich mehr dazu, doch vorher habe ich noch eine Empfehlung für alle, die sich selbst besser kennenlernen möchten. Kennt ihr schon euer persönliches Geburtshoroskop und die Bedeutung all eurer Planeten und sensitiven Punkte? Wenn ihr noch nicht wisst, was euch der Mond über eure Seele verrät, die Venus über eure Beziehungen oder Mars über euren Kampfgeist, dann wird es Zeit, das herauszufinden. Euer Geburtshoroskop ist schließlich die Basis für alles. Ihr könnt es euch jetzt mit 10% Rabatt bestellen. Nutzt einfach den Gutscheincode HOROSKOP10, um mehr über euch zu erfahren. Weitere Infos findet ihr hier auf der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Ein letztes Mal verlässt euch Transformator Pluto Anfang September und geht nochmal zurück in euer Nachbarzeichen Steinbock. Bis Ende November bekommt ihr quasi eine kleine kosmische Pause von der transformativen Energie des Magiers Pluto. Dann wird er wieder in euer Zeichen wandern und ab da heißt es gekommen, um zu bleiben. Es kann sein, dass sich jetzt ein Zyklus in eurem Leben endgültig abschließt. Vielleicht gab es in den letzten Monaten ein Hin und Her bei einer bestimmten Sache und jetzt findet ein endgültiger Abschluss statt. Das Thema kann sich über den September hinausziehen, aber die Energie ist schon Anfang des Monats spürbar für euch. Wenn wir den Neumond in der klugen Jungfrau am 3. September haben, können sich Themen zeigen, die tief unter die Haut gehen, sei es ein Erbschaftsthema oder ein psychologisches Projekt wie eine Therapie. In einer Meditation könntet ihr euch gut mit euren Ahnen verbinden oder ihrer einfach nur Gedenken. Für die ersten Septembertage gibt es eine erhöhte Infektionsgefahr. Das betrifft euch vor allem, wenn ihr in dieser Zeit Arzttermine wahrnehmt. Achtet darauf, euch im Wartezimmer nicht bei den anderen anzustecken und sorgt für genug Schlaf und Ruhe, denn eure Akkus könnten jetzt schneller leer sein als sonst. Wenn es um Verträge geht, solltet ihr auf jeden Fall die ersten Septembertage dafür nutzen. Auch für finanzielle Angelegenheiten ist die erste Monatshälfte die bessere Wahl. Danach geht es dann direkt in die finsterne Saison und da würde ich euch erstmal von Finanzgeschäften und Investitionen abraten. Wenn es um eure Beziehungen geht, egal ob romantischer oder beruflicher Natur, dann solltet ihr die Phase bis zum 9. September für Gespräche und Treffen nutzen. Für Singles können sich tolle Flirts ergeben, gerade wenn ihr auf Reisen seid oder mit Menschen aus anderen Kulturen zu tun habt. Und auch wenn ihr einen Termin mit eurem Chef vereinbaren wollt, ist die Phase äußerst günstig, denn ihr kommt dann besonders gut rüber. Der Vollmond am 18. September wirkt dieses Mal besonders stark, weil er als partielle Mondfinsternis in den empfindsamen Fischen auftritt. Ihr reagiert dann vielleicht besonders empfindlich auf Kritik von anderen, auch wenn es euch sonst nicht so viel ausmacht, wenn jemand einen lockeren Ton euch gegenüber anschlägt. Wir befinden uns nun in der Finsternis-Saison und ihr solltet besonders vorsichtig mit Ausgaben und eurem Geld sein. Verschiebt größere Anschaffungen lieber in den Oktober und achtet auf einen Sparkurs, denn ihr könntet sonst zu einer Fehlinvestition neigen. Wenn wir am 22. September die Herbsttag- und Nachtgleiche haben, und die Sonne in die charmante Waage wandert, dann ist das eine super Zeit für euch, weil die Sonne nun für vier Wochen sehr günstig steht. Eure Reiselust ist geweckt, genauso wie euer Hunger nach Abenteuern. Ihr könntet versucht sein, solche Abenteuer bei Flirts im Büro zu suchen, davon raten euch die Sterne deutlich ab. Wenn ihr zu Hause mit eurem Schatz keine Krise riskieren wollt, dann lasst unnötige Shaker rein mit den Kollegen am besten sein. Die Liebesgöttin Venus steht nämlich jetzt im dramatischen Skorpion und das schraubt die Eifersucht bei uns allen deutlich nach oben. Gleichzeitig habt ihr eine starke mentale Phase. Konzentriert euch lieber darauf. Das waren eure Tendenzen im September. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fantasievollen Fischegeborenen und Fische-Ascendenten. Euer wichtigster Vollmond des Jahres ereignet sich diesen Monat als intensive Finsternis. Und wer schon länger auf einen Moment gewartet hat, um sein Leben zu transformieren, der sollte jetzt handeln. Außerdem haben wir den wichtigsten Beziehungsneumond des Jahres für euch. Und das alles schauen wir uns gleich im Detail an. Doch vorher noch eine Empfehlung für alle, die mehr über sich selbst lernen möchten. Kennt ihr schon euer persönliches Geburtshoroskop und die Bedeutung all eurer Planeten und sensitiven Punkte? Wenn ihr noch nicht wisst, was euch der Mond über eure Seele verrät, die Venus über eure Beziehungen oder Mars über euren Kampfgeist, dann wird es Zeit, das herauszufinden. Euer Geburtshoroskop ist schließlich die Basis für alles. Ihr könnt es euch jetzt mit 10% Rabatt bestellen. Nutzt einfach den Gutscheincode HOROSKOP10, um mehr über euch zu erfahren. Weitere Infos findet ihr hier auf der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Im September geht es vor allem um eure Beziehungen. Wer von Amors Pfeil bereits getroffen wurde, kann sich auf wundervolle Wochen freuen. Das Universum schenkt euch günstige Planetenpositionen, die bestehende Beziehungen auf eine neue Stufe heben und sie mit Spaß, Romantik und Lust aufladen. Für Singles ist jetzt Dating oberste Pflicht, wenn ihr euch verlieben wollt. Und wer glücklich und zufrieden als Single lebt, der kann sich auf tolle Stunden mit guten Freunden, Kollegen und anderen wichtigen Menschen freuen. Falls ihr in euren Beziehungen etwas in die Transformation oder auch ins Wachstum bringen wollt, dann solltet ihr unbedingt mit dem super Beziehungsneumond gleich am 3. September arbeiten. Egal ob mit einer Meditation oder mit einem Brief ans Universum, ihr könnt hier eigentlich nichts falsch machen. Im Laufe des Monats kann es aber auch immer mal wieder Spannungen geben, weil ihr vielleicht besonders feinfühlig seid und euch schnell kritisiert fühlt. Versucht liebevoll, aber bestimmt euren Herzensmenschen zu verstehen zu geben, wenn ihr euch verletzt fühlt, statt unangenehme Gefühle zu unterdrücken. Die können sich nämlich sonst gegen Ende des Monats unschön entladen. Wer an einem kreativen Projekt oder einer sportlichen Veranstaltung teilnimmt, der kann vom Liebesblitz getroffen werden. Geht auf jeden Fall achtsam durch den Tag. Auch für berufliche Themen eignet sich die Energie wunderbar. Gerade um die Monatsmitte herum habt ihr super Finanzaspekte, bei denen ihr euch auf jeden Fall mit dem Thema Investition, aber auch zum Beispiel mit Schenkungen durch Erbschaft befassen könnt. Und wenn ihr überlegt, mit eurem Schatz gemeinsam den nächsten Schritt zu gehen und zum Beispiel ein Haus zu kaufen, dann nutzt auf jeden Fall die erste Monatshälfte. Am 18. September haben wir schließlich den intensiven Vollmond in eurem Zeichen. Der wirkt dieses Mal besonders stark, weil er als partielle Mondfinsternis auftritt. Gerade wenn ihr eure Sonne oder euren Aszendenten zwischen 20 und 29 Grad Fische habt, wird dieser Bereich intensiv aktiviert. Dann solltet ihr euch möglichst wenig für den Tag vornehmen und lieber nach innen auf die Botschaften der geistigen Welt lauschen. Ihr seid ja grundsätzlich sehr feinfühlig, wenn es um Energien geht und ihr solltet auf jeden Fall genug Schlaf bekommen und viel Wasser trinken. Verbindet euch an diesem Tag mit dem Universum und geht in die Meditation, um wichtige Erkenntnisse über euch selbst zu erhalten. Die starke Energie lässt dann vorerst wieder nach, wenn die Sonne am 22. September in die harmonische Waage wandert. Aber wir sind jetzt zwischen den Finsternissen und das ist keine gute Zeit, um lebensverändernde Entscheidungen zu treffen. Allerdings kann euch jetzt die Reiselust packen oder ihr verspürt den Drang, neue exotische Orte zu entdecken. Die könnt ihr aber auch sehr gut in der eigenen Stadt finden, zum Beispiel in einer tollen Ausstellung oder einem exotischen Restaurant. Die letzten Tage des Monats seid ihr in tiefgründiger Stimmung und befindet euch vielleicht erneut auf Sinnsuche. Gleichzeitig liegt eine Tendenz zu Misstrauen oder sogar Eifersucht in der Luft, falls ihr euch zurückzieht, ohne das näher zu erklären. Wenn ihr Zeit für euch braucht, kommuniziert das ganz offen mit eurem Schatz. Er hat bestimmt Verständnis dafür. Das waren eure Tendenzen im September. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Vielen Dank für euer Interesse. Das waren meine Gedanken zu den Konstellationen für die 12 Sternzeichen im September 2024. Mit meinen Wochenhoroskopen begleite ich euch weiter durch den September. Da könnt ihr euch immer aktuell informieren, wann kosmische Ereignisse stattfinden, wie die Vollmond- und Neumondkonstellationen aussehen und vieles mehr. Und hier ist das Gewinnspiel des Monats. Diesmal verlose ich aus aktuellem Anlass das große Pluto-Horoskop. So transformierst du dein Leben. Um teilzunehmen, braucht ihr nur meinen Kanal zu abonnieren, falls noch nicht geschehen, und postet mir bitte hier einen netten Kommentar. Vergesst auch nicht, das Glöckchen für die Benachrichtigungen zu aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Wenn ihr die wilde Göttin Lilith faszinierend findet, erfahrt ihr hier mehr über ihren aktuellen Transit durch die Waage. Und wegen der Finsternisse lege ich euch das Video über den Karma-Zyklus der Mondknoten ans Herz. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.